Hello, hello, mein Name ist Deborah Fleischmann und in dieser Folge spreche ich über den Unterschied zwischen Fixed Mindset und Growth Mindset. Was ist das überhaupt? Also Mindset ist wie gesagt die Art und Weise, wie du denkst und der jeweilige Rahmen dazu. Also jeder Mensch denkt ja in einem gewissen Rahmen, ja auch abhängig davon eben, wer er ist, als was und wer er sich identifiziert. Ja, ein Manager denkt anders als wahrscheinlich ein Bauarbeiter, einfach weil die im Alltag mit anderen Dingen zu tun haben. Ja, ein Vater denkt anders als jemand, der keine Kinder hat. Also du weißt, was ich meine. Es gibt eben einen gewissen Rahmen und in diesem Rahmen ist eine gewisse Einstellung vorhanden aufgrund diverser Prägungen, Erfahrungen und so weiter. Und ein Fixed Mindset ist quasi ein festgesetztes, ein sehr starres Mindset, eine sehr starre, unflexible Art und Weise zu denken. Man geht in dem Fixed Mindset davon aus, dass Intelligenz und andere Fähigkeiten feststehende Qualitäten sind, mit denen man geboren wird. Also Leute mit einem Fixed Mindset sagen zum Beispiel, ja ich bin eben so, ich wurde so geboren, ich war schon immer schlecht in Mathe und Sprachen liegen mir nicht und ich habe zwei linke Hände und das kapiere ich nicht, dafür bin ich zu dumm. Solche Sätze. Ja, das ist ein Fixed Mindset, dass man eben sagt, man versteht was nicht, man kann was nicht und es wird sich auch niemals ändern, weil man ist eben so. Und diese Art zu denken ist sehr gefährlich, weil man a. immer abhängig ist von anderen, dass die das irgendwie für einen lösen und b. wenn man gar keinen Zugang hat zu Leuten, die gewisse Probleme für einen lösen oder Dinge einem beibringen oder Dinge für einen erledigen, weil man zum Beispiel das nötige Geld nicht hat oder nicht in dem, ich sag mal, in dem sozialen Milieu unterwegs ist, ja, dann bleiben manche Dinge einfach ungelöst und man kann sich schlecht oder auch gar nicht weiterentwickeln. Ein Growth Mindset ist der Glaube an die eigene Lernfähigkeit. Man geht davon aus, dass Intelligenz und auch andere Fähigkeiten ausbaufähig sind. Also wer meine Trauma-Gehirnfolgen angehört hat, der weiß spätestens seitdem, dass unser Gehirn, das kommt nicht fertig auf die Welt, also dass unser Gehirn nicht einfach, ja, ein Endprodukt ist, wenn wir auf die Welt kommen, sondern dass es sich immer weiterentwickelt. Und sogar wenn wir Erwachsene sind, können wir immer noch unsere Art zu denken ändern, aber es braucht eben mehr Fokus, mehr Energie, einfach weil, ja, die wichtigste Zeit zur Entwicklung ist quasi so die Kindheit und Jugend. Aber auch als Erwachsene sind wir immer wieder fähig, also eigentlich sind wir bis ins späte Alter fähig, neue Dinge zu lernen, uns neue Fähigkeiten anzutrainieren. Es braucht eben den Willen und die Ausdauer. Warum erzähle ich das alles? Ich bin ein riesiger Fan von Growth Mindset, weil ich einfach in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht habe und auch die Beobachtung gemacht habe, dass wenn man seine Gedanken ändert, dass man dann auch sein Handeln ändert und dann auch letztlich sein ganzes Leben ändert. Und mir ist bewusst, das klingt jetzt so, ja, nicht greifbar. Man denkt sich so, ja, schön für dich, so, aha, du hast die Gedanken geändert. Aber wir verstehen oft nicht oder unterschätzen oft, dass die Alltagsgedanken, die wir denken, dass die beeinflussend sind für unser ganzes restliches Leben, weil jeder Tag, jede 24 Stunden eines Tages ist ein Abbild von unserem gesamten Leben. Und oft denken wir, naja, ich denke halt so und so und das passt schon so. Aber genau diese Gedanken, denen wir nicht weiter Beachtung schenken, weil wir denken, naja, so ist halt das Leben und wo wir einfach glauben, wir müssen da keinen Einfluss drauf nehmen, weil irgendwie funktioniert das ja und unser Leben passt soweit. Ja, das mag jetzt noch so sein, aber das kann in der Zukunft ganz schön schief gehen. Einfach, weil die Herausforderungen in der Zukunft nicht dieselben sind, die wir heute haben. Ja, guck in die Nachrichten. Du denkst immer, die Welt geht gleich unter. Ja, kurz vorm dritten Weltkrieg. Ja oder nein? Ukraine, Russland. Es gibt so viele Probleme und Baustellen auf dieser Welt. Und wenn man sich darauf fokussiert, dann haben viele Menschen auch Ängste und Zukunftsängste und Perspektivlosigkeit und ziehen sich dann erst recht zurück in ihre alten Handlungs- und Gedankenmuster, weil die natürlich Sicherheit versprechen. Aber genau das ist der Mindsetfehler. Gerade in einer Zeit, wo alles so unsicher ist, muss man anfangen, an sich selbst zu arbeiten und die eigene Komfortzone verlassen, das eigene Denken so ändern, dass man, ja, ein Growth Mindset hat und kein Fixed Mindset. Also egal, wie alt du bist, der oder die, die du mir hier zuhörst, egal, wie alt du bist, wie du heißt, wo du herkommst, was du gerade arbeitest, was deine Ausbildung ist, wie intelligent du dich selbst einschätzt, wie intelligent dich andere einschätzen, woran du glaubst, ob du glaubst, wen du politisch wählst, das ist alles in dem Moment unentscheidend. Aber unentscheidend wichtig ist, dass du für dich erkennst, okay, ich kann nicht in die Zukunft sehen, aber die Zukunft wird einiges an Veränderungen bringen, einiges, was man vielleicht jetzt noch so nicht sehen kann. Aber wenn es dann da ist, wird man rückblickend denken, okay, das hat sich irgendwie abgezeichnet. Und da ist es eben wichtig, dass du ein Growth Mindset hast und an dich selbst glaubst. Ich kann da eigentlich nur meine erste Folge hier auf YouTube anknüpfen. Dein Selbstbild entscheidet über dein ganzes Leben. Wenn du dir einredest, dass du der bist, der du heute bist, dann stimmt das einfach nicht. Du kannst auch jemand komplett anderes sein. Du musst dir einfach nur andere Fähigkeiten antrainieren. Und das kann jeder Mensch. Wie gesagt, egal, wie alt du bist, egal, welchen Schulabschluss du hast, bitte lass dich niemals von deinem Schulabschluss bremsen. Nicht denken, oh, ich habe nicht studiert, dann kann ich nichts mehr machen in meinem Leben. Das ist Bullshit. Es ist auch egal, ob du männlich, weiblich, was auch immer bist. Es spielt keine Rolle. Es ist egal, als was du dich identifizierst. Egal, wen du liebst, ob du liebst. Das sind alles so Faktoren, die sind nebensächlich erst mal. Es geht darum, dass du an dich selber glaubst und sagst, okay, ich weiß zwar einiges nicht, aber ich glaube daran, dass ich mir dieses Wissen aneignen kann. Und das ist eigentlich so der erste Schritt. Denn wer ein Fixed Mindset hat, der wird vor einer Reihe Probleme stehen, die er am Anfang nicht mal als solche erkennt, weil ihm einfach das Bewusstsein dazu fehlt. Das ist wie jemand, der, sagen wir, vor sich hinläuft, einen kleinen Spaziergang macht und immer auf den Boden guckt. Und auf einmal steht er vor einer Wand und knallt aber, weil er die ganze Zeit auf den Boden geguckt hat, mit dem Kopf gegen diese Wand. Und denkt sich dann so, hör, wo kommt die denn her? Hätte er den Kopf gehoben, hätte er die längst gesehen und wäre nicht dagegen gelaufen. So musst du es dir vorstellen, wer ein Fixed Mindset hat, läuft komplett gegen diese Wand. Und wer ein Growth Mindset hat, der sieht die Wand und denkt sich vielleicht auch erstmal so, warum steht da überhaupt eine Wand? Wer hat die da hingebaut? Welchen Sinn hat die? Okay, kann man die irgendwie umgehen, umfahren? Kann man die kaputt machen? Wie auch immer, das ist Growth Mindset. Und Growth Mindset impliziert auch einige Fähigkeiten, die meiner Meinung nach im Schulsystem als eigene Schulfächer eingeflochten und eingebunden werden sollten. Und zwar sind das acht Punkte, auf die ich im Folgenden eingehen werde. Wenn du diese acht Punkte für dich beherzigst und die auch in dein Leben einbaust und dir da ein gewisses Wissen antrainierst, aber nicht nur bitte theoretisch, vor allem praktisch, dann wird es dir in der Zukunft auf jeden Fall besser ergehen und du bist für die Herausforderungen in der Zukunft gewachsen. Also mit mehr Bewusstsein kann man Problemen, Herausforderungen jeder Art besser und vor allem kompetenter, selbstsicherer gegenübertreten und ja, verfällt nicht so schnell in Verzweiflung, Missmut, Niedergeschlagenheit etc. Punkt 1. Du musst dich fragen, wie gehst du aktuell mit Fehlern und Rückschlägen um? Also was ist deine emotionale Regulierung? Ja, bist du jemand, der nach einem langen Arbeitstag sagt, so jetzt brauche ich erstmal ein Glas Wein, weil anders ertrage ich dieses Leben nicht. Das ist ja Vollkatastrophe, jetzt schalte ich mal ab. Und zwar so. Und würdest du sagen, dass diese Art und Weise, damit umzugehen, also den Stress auf diese Weise zum Beispiel abzubauen, auch in der Zukunft Erfolg hat? Und inwieweit misst du denn diesen Erfolg? Klar kannst du jetzt sagen, ja, nach einem Glas Wein fühle ich mich halt entspannter. Was willst du? Aber denkst du, wenn du es mal hochrechnest, dass jeden Tag ein Glas Wein oder zwei Gläser Wein, hochgerechnet auf dein restliches Leben, eine geeignete Art und Weise von Stressbewältigung sind? Wenn du jetzt ja sagst, dann mach das weiter so. Wenn du dir nicht so sicher bist, dann überleg mal, ob du vielleicht Stress im Voraus im Keim ersticken könntest oder dir eine Arbeit suchst, nach der du heimkommst und nicht so fertig bist, dass du trinken musst. Und wir alle wissen, dass Alkoholkonsum sehr schleichend steigen kann. Und viele Menschen in Deutschland und überall auf der Welt Alkoholiker sind, aber das nie so zugeben würden, weil ein Gläschen in Ehren und ein Bierchen und dies und das und diese ganzen Verniedlichungen. Aber Alkoholismus ist mit einer der Hauptgründe, warum viele Menschen erkranken. Und ja, ich weiß nicht, ob die Gesundheitspolitik da in der Zukunft auch noch einschreiten wird, dass man eventuell auch Alkoholwerbung verbietet, dass diese ganzen Flachmänner verschwinden von der Kasse, ob da solche Maßnahmen noch eingeleitet werden. Aber unabhängig davon, Alkohol ist jetzt nicht die Lösung, sage ich mal, um mit einer Arbeit, die einen nicht zufrieden stellt und die einen auslaugt, psychisch und physisch umzugehen auf Dauer. Also da muss jeder Mensch für sich natürlich gucken. Ja, es gibt Menschen, die sagen, ja, ich trinke gelegentlich und ich komme klar. Aber bei anderen, wenn die wirklich ehrlich zu sich wären, wüssten sie, dass sie eigentlich schon in so eine Abhängigkeit rutschen oder vielleicht schon gerutscht sind. Das geht sehr schnell, wie gesagt, aber gleichzeitig auch irgendwie so langsam schleichen, dass man das gar nicht wirklich mitbekommt und hoppla, ist man auf einmal dann bei einer Flasche Wein, zwei Flaschen Wein und dann verträgt man eventuell auch viel und ja, wenn du jetzt sagst, ja, vielleicht ist das so, aber ist mir auch egal, dann ist das deine Entscheidung. Ich sage ja nur, als Beispiel eben, auf Alkoholkonsum bezogen oder andere Verhaltensweisen, ja, wie viele Menschen rauchen, um sich abzureagieren oder mal sich eine Pause, in Anführungsstrichen, zu gönnen. Jeder Mensch muss das natürlich für sich entscheiden, aber du musst dich immer fragen, die Art und Weise, wie ich mit Stress umgehe, dient die mir oder schadet die mir eher? Und wir können jetzt auch mal weggehen von Konsumverhalten, ja, also das ist jetzt hier auch keine Moralfolge von wegen nicht rauchen, nicht trinken, sondern einfach nur dieses Bewusstsein schaffen, was macht man, warum macht man das, inwieweit hilft es einem und ob man sich vorstellen kann, dass auch in der Zukunft dies eine geeignete, ja, Bewältigungsstrategie für Stressabbau ist. Man muss eigene Verhaltensweisen immer wieder reflektieren und analysieren und auch gucken, okay, wenn ich jetzt eine Niederlage erleide, privat oder beruflich, wenn ich Rückschläge bekomme, was mache ich dann? Gehe ich in die nächste Kneipe und trinke? Rufe ich bei Freunden an und rede drei Stunden? Mache ich Sport? Bin ich komplett isoliert für Wochen und verfallene Depressionen? Oder bin ich vielleicht isoliert für Wochen und meditiere und die anderen denken nur, ich bin depressiv? Dabei genieße ich einfach nur die Stille, ja, das muss ja wirklich jeder auch für sich rausfinden und jeder selber es so in seinen Frame setzen, also je nachdem, wie er oder sie das eigene Verhalten bewertet. Manchmal denken Leute von außen so, oh Gott, was ist denn mit ihr oder ihm los? Dabei geht es ihm oder ihr blendend. Oder auch umgekehrt, die Leute denken, es ist alles in Ordnung und dabei ist die Person kurz vorm Nervenzusammenbruch oder hatte vielleicht schon einen. Ja, ich erlaube mir da auch kein Urteil, sondern ich sage wirklich nur, pass auf, guck, was hilft dir, was tust du und wie kannst du persönlich messen, ob dir was hilft? Also wie fühlst du dich dann danach? Ja, wie gehst du damit um, wenn du Stress hast, wenn du unter Druck gerätst, beruflich und privat? Wie ist deine emotionale Regulierung? Wie gehst du mit negativen Gefühlen um, wie Angst, Schuld, Versagensangst, Zukunftsangst, ja, Krankheit, nach einer Trennung, nach irgendwelchen Umstrukturierungen in der Arbeit oder Jobverlust? Wie gehst du damit um? Was machst du, wenn das Leben kommt und dir volle Kanne ins Gesicht schlägt? Ja, und irgendwann schlägt jedem das Leben ins Gesicht. Das ist einfach so. Also, immer wenn man sich am sichersten wähnt, dann passiert irgendwas drum. Ich will damit nicht sagen, man soll paranoid sein oder immer irgendwie was Schlechtes erwarten, um Gottes Willen das nicht. Aber man muss eine gesunde Skepsis haben. Also so ein, okay, es ist alles gut, ich bin dankbar dafür, aber wenn irgendwas schief geht demnächst, ich bin bereit. Wenn ich Rückschläge erleide, wenn ich Fehler mache und die Konsequenzen tragen muss, ich bin bereit, weil ich Verantwortung für mich und mein Leben übernehme. Und, ja, das ist eine der wichtigsten Fähigkeiten überhaupt, denn natürlich, wenn neue Herausforderungen auf uns einprasseln, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir nicht sofort alles perfekt machen. Ist ja logisch. Das ist ja wie, wenn du einem Erstklässler einen Aufsatz schreiben lässt. Natürlich sind da erstmal ein paar Rechtschreibfehler drin. Das ist ja normal. Man muss alles erstmal lernen und wichtig ist einfach, dass man eben dieses Growth Mindset hat und weiß, okay, ich bin zwar jetzt nicht in der ersten Klasse, hier geht es nicht um Rechtschreibung, aber ich bin ein Erwachsener und hier kommen gerade neue Herausforderungen auf mich zu. Ich habe keine Ahnung, wie ich damit umgehe, aber ich glaube an mich, dass ich das herausfinde. Und wenn ich scheitere, weiß ich, wie ich umgehe damit. Meine eigenen Stressbewältigungsstrategien, die habe ich. Okay, dann Punkt 2. Inspirierende Vorbilder suchen. Wir leben in einer Zeit, wo, ja, in allen Lebensbereichen irgendetwas sehr schnell, sich sehr massiv verändern kann. Warum ist das so? Weil die Welt unglaublich schnelllebig ist, unglaublich komplex. und wenn du heute denkst, alles ist gut, kann morgen das komplette Gegenteil der Fall sein und natürlich auch umgekehrt. Aber es ist eben alles einer extrem schnellen und krassen Veränderung unterworfen und da ist es immer ganz gut, wenn man sich so Mentoren oder Vorbilder sucht, Leute, die eventuell schon da stehen, wo man selber hin will oder die man aufgrund irgendeines Verhaltens oder irgendeiner Fähigkeit bewundert. Die meisten Menschen haben Bewunderung für Sportler und eine solche Bewunderung sollte man auch entwickeln für Menschen, die zum Beispiel besonders sozial engagiert sind oder gut mit Geld umgehen können oder gut verwalten können, gut organisieren können, die menschlich bleiben in Systemen, die oft unmenschlich sind. Das kann in deinem näheren Umfeld sein, das können aber auch Prominente sein. Ja, guck da einfach, an wem orientierst du dich, wen findest du sympathisch, wen könntest du eventuell auch ein bisschen nachahmen, wo könntest du dir eventuell Content besorgen, online oder in Büchern, wo auch immer, um einfach die Art und Weise, wie diese Menschen denken, nachvollziehen zu können. Der dritte Punkt, deinen inneren Motivator suchen. Du musst immer dir bewusst sein oder immer ist wahrscheinlich zu viel verlangt, aber immer wieder mal reflektieren, was ist eigentlich deine Motivation, warum stehst du morgens auf und jetzt sag bitte nicht, damit ich Geld verdienen kann, weil dann bist du automatisch jemand, der nicht glücklich ist. Es muss schon etwas sein, wo du sagst, ja, dafür stehe ich auf, ich habe einen Sinn in meinem Leben und wer diesen Sinn nicht hat, der wird früher oder später recht unzufrieden sein und sich fragen, wozu er das eigentlich macht, weil alles bleibt gleich, alles wiederholt sich, eine gewisse Monotonie schleicht sich ein, viel Personalmangel, viele Überstunden, viele Krankheiten. Das ist so ein Kreislauf und dann fragen sich die Menschen irgendwann, wozu mache ich das eigentlich alles, was soll das? Und wenn du kein Warum hast, dann ziehst du dir das natürlich nicht mehr rein. Dann gibst du dir vielleicht weniger Mühe, dann hörst du auf, dich zu engagieren und das wiederum macht auch was mit deiner eigenen Energie. Wenn du halt von innen merkst, okay, ich habe gar keinen Bock mehr auf irgendwas, das bringt alles nichts. Also egal, ob ich jetzt ein Projekt fertig stelle oder nicht, irgendwie, da kommt halt ein anderer und macht das. Wenn du so ein Mindset hast oder so eine Einstellung spürst, dann ist allergrößte Vorsicht geboten und es ist Zeit, was zu verändern. Und da kommen wir auch schon zu Punkt 4, neue Ziele setzen. Setz dir mal Ziele in Bereichen, in denen du dir eigentlich nie Ziele setzt. Vielleicht im sportlichen Bereich oder im privaten Bereich. Du könntest ein Ehrenamt übernehmen, du könntest sportlich dir irgendwelche Ziele setzen. Es gibt so viel, was man machen kann und da kann ich dir wirklich nur auch raten, verlass deine Komfortzone und tu etwas in einem Bereich, den du eigentlich so nie betreten würdest. Vielleicht hast du auch gar keinen Bock. Also mach mal was, worauf du gar keinen Bock hast. Das ist eigentlich so der beste Ratschlag, den ich geben kann. Tu das, worauf du gar keinen Bock hast, weil meistens fühlt es dich weiter im Leben. Weil wir tun halt immer nur die Dinge, worauf wir Lust haben und auf Weiterbildung und Fortbildung und Weiterentwicklung haben die wenigsten Menschen Lust und deswegen bleibt ihr Leben auch so, wie es ist. Aber ich verspreche dir, wenn du dran bleibst und es durchziehst, dann kommst du auf ein neues Level und dann macht es irgendwann auch Spaß. Am Anfang eben nicht so sehr, aber mit der Zeit dann schon. Dann der fünfte Punkt, mentale Gesundheit und Selbstfürsorge. Einer der wichtigsten Punkte, ich kann mich ja wirklich immer nur wiederholen, der Anstieg von psychischen Erkrankungen und auch psychosomatischen Erkrankungen ist enorm und wird auch in der Zukunft noch enormer sein, weil einfach ein unglaublicher Druck auf Arbeitnehmer herrscht. Alle Menschen müssen sich den neuen Herausforderungen des Lebens anpassen und da, wo wir jetzt gerade sind, im Jahr 2022, da sind wir noch nicht mal im ersten Zehntel, sage ich mal, von den Herausforderungen, die noch auf uns zukommen. Und deswegen ist es wirklich wichtig, auf seine eigene psychische und physische Gesundheit zu achten. Und zwar in Form von, dass du erkennst, wie wichtig Schlaf ist. Ja, Leute, die sagen, sie schlafen nur zwei, drei Stunden pro Nacht, das geht eine Weile gut, aber irgendwann klappst du zusammen. Nimm dir den Schlaf, nimm dir die Zeit, achte gut auf dich, verbring Zeit mit Menschen, die dich gut behandeln, die es gut mit dir meinen, die liebevoll fürsorglich sind. Sei selbst fürsorglich zu dir und zu anderen. Gönn dir gutes Essen, gönn dir Ruhe, gönn dir Auszeiten, gönn dir Zeit in der Natur, wo du ein Handy einfach mal ausmachst. Du musst nicht alles fotografieren und man muss auch nicht alles posten. Und ja, achte einfach auf deine Gedanken, achte drauf, dass es dir psychisch gut geht. Und wenn du merkst, du hast depressive Verstimmungen oder dir geht es nicht so gut, dann sprich mit einem Arzt und ja, zwing dich zu nichts. Also dein Leben ist das Wichtigste und alles andere kommt danach. Und wenn es dir schlecht geht, dann musst du erst mal wieder fit werden, sonst kannst du auch keine Leistung erbringen und nichts im Leben weiter erreichen, weder für dich, noch für deine Familie, noch für die Arbeit. Es muss dir gut gehen und wem es gut geht, der bringt auch gute Leistung. Deswegen ist diese mentale Gesundheit und natürlich auch physische das A und O und die Basis für alles, was man im Leben machen möchte. Punkt 6 ist das Reframe in negativer Gedanken. Da kann ich an dieser Stelle mal zu den drei Folgen meiner NLP, also Neurolinguistisches Programmieren, Folgen hinweisen. Es geht darum, dass man Ereignisse aus anderen Perspektiven betrachtet und eventuell negativen Ereignissen auch was Positives abgewinnen kann. Drei Ausrufezeichen an der Stelle. Ich will damit nicht sagen, dass man Negatives schönredet oder sagt, ach, war doch super, dass ich einen Autounfall hatte. Mein Kopf ist ja noch dran. Das kann sie natürlich so nicht einfach sagen. Klar kann man dann im Nachhinein vielleicht sagen, Gott sei Dank, habe ich das überlebt. Aber das ist jetzt nicht, dass man das irgendwie dann schönredet. Oder wenn jemand Geliebtes stirbt, da kann man auch nicht sagen, oh, super, das ist so dieses, habe ich neulich auch so einen Begriff gehört, wie hieß das irgendwie, Toxic Gratefulness oder so, dass Leute diese toxische Dankbarkeit, dass man für alles dankbar sein soll. Also so ist das natürlich nicht gemein. Wenn jemand Geliebtes stirbt, dann hast du natürlich das Recht, Trauer zu empfinden und man muss auch nicht immer gut drauf sein. Also diese toxische Positivität, dieses alles ist immer super und das Leben ist schön. Nee, das Leben ist manchmal ganz schön grausam. Manchmal nimmt das Leben dich, so praktisch am Kragen und schmeißt dich gegen die Wand. Und du weißt nicht, wie du wieder aufstehen sollst. Und vielleicht kommt auch keiner und hilft dir. Und dann musst du halt wirklich gucken, was mache ich jetzt? Wie gehe ich weiter vor? Ja, also das sind natürlich so krasse Schicksalsschläge, aber mit Reframing, negativer Gedanken, damit meine ich eigentlich eher so diese Alltagssachen oder wenn mal irgendwas schief geht, ein Projekt oder auch eine Beziehung, irgendwas. Also jetzt nichts, was die Existenz bedroht, sondern wobei man manchmal sogar auch da im Nachhinein, aber mit viel Abstand und viel Reflexion etc. auch eine gewisse Dankbarkeit für etwas empfinden kann, aber das ist wirklich immer kontextabhängig. Ja, aber ich meine eben damit, dass man Perspektivenwechsel vornimmt, dass man Dinge aus verschiedenen Perspektiven betrachtet, nicht nur seine Sicht der Dinge sieht. und das ist sehr entscheidend, weil die eigene Sicht ist eben sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr starr und man hat, also jeder Mensch hat blinde Flecken, tote Winkel, wir wissen nicht alles, auch Psychotherapeuten, wo du denkst, das sind so die Experten und das sind sie ja auch, aber auch die brauchen Supervisor und Reflexion, weil die auch nicht an alles denken können. Deswegen gibt es ja auch Teams und Sitzungen und Besprechungen, Fallanalysen, gerade eben im sozialen Bereich, weil nicht einer alles wissen kann. Es funktioniert nur im Team, ja, und deswegen, Reframe negativer Gedanken, besprich dich mit Freunden oder zieh dir Experten zurate in besonderen Themengebieten, um einfach mal eine andere Sicht der Dinge zu gewinnen und zu gucken, hey, ist das wirklich so ein Weltuntergang oder hey, was kann ich da, was habe ich da verpasst, was kann ich da eventuell noch sehen, was kann ich da noch reininterpretieren oder vielleicht irgendwann mal auch nichts interpretieren, zu einfach sagen, okay, einfach mal abhaken, abschütteln, weitermachen. Ja, das kommt immer auch auf die Geschichte natürlich an. Punkt sieben und damit der vorletzte Punkt, Achtsamkeit und Reflexion hat eigentlich auch viel eben mit dieser Mental Health Geschichte von Punkt fünf zu tun, ja, Selbstachtung, wie weit gehst du, was tust du, wenn Menschen deine Grenzen überschreiten, was tust du, wenn jemand dich respektlos behandelt, was tust du, wenn etwas komplett schief geht und du weißt, du bist dafür verantwortlich, was tust du, wenn du merkst, dass du eventuell die Kontrolle verlierst, dass du vielleicht Panikattacken hast oder Albträume, dass du nicht mehr so leistungsfähig bist wie früher, dass du vielleicht manchmal das Gefühl hast, ey, ich verliere irgendwie den Verstand, ich verstehe gar nichts mehr, ich kann den Dialogen nicht mehr folgen, ich sehe keinen Sinn mehr, alles ist irgendwie so schwammig und wie durch so eine blurry Brille, ich kann gar keinen klaren Gedanken mehr fassen und alles ist irgendwie so nicht greifbar, irgendwie so entfremdet und ich komme mit mir nicht klar, ich komme mit der Welt nicht mehr klar, was machst du dann? Und das ist eigentlich dann schon so fünf nach zwölf, wenn du solche Symptome hast. Also ich kann immer nur wieder wiederholen, Mental Health, Mental Health, Mental Health. Wenn du merkst, es tut dir nicht gut, denk nicht, ach, ich muss mich zusammenreißen, das wird schon wieder, sondern tritt auf die Bremse. Du musst dich nicht zwingen zu etwas, wo du merkst, es macht dich kaputt und es wird auch nicht besser vom Ignorieren, weil irgendwann tauchen Dinge in deinem Leben auf Ereignisse des Lebens, die kannst du dann nicht länger ignorieren, ja, spätestens wenn dein Körper dir Signale gibt, du kannst es nicht mehr ignorieren. Man sagt ja auch nicht umsonst, dass der Körper das ausspricht, was die Seele die ganze Zeit schreit, aber ignoriert wird. Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber du weißt, wie ich das meine. Man denkt oft so, oh, irgendwie geht es mir schlecht, egal, ich ignoriere es mal und auf einmal hast du die ganze Zeit irgendwelche körperlichen Symptome und die kannst du dann ab einem gewissen Grad nicht mehr ignorieren, ja, weil wenn es dir psychisch schlecht geht, aber körperlich noch gut, dann denkst du dir, naja, wird schon wieder, ist nur eine Phase, aber spätestens, wenn der Körper dann anfängt zu rebellieren, da kannst du nicht mehr sagen, ah, egal, und ignorieren und oft ist es dann so, dass wir denken, ach, das kam so plötzlich, aber wenn du dann rückblickend guckst, denkst du dir, oh nee, mir geht es ja schon seit über einem Jahr schlecht, ja, und jetzt gerade in der Pandemie haben so viele Menschen mit Ängsten und Zweifeln zu tun und ja, das Thema Angststörungen, Panikattacke, das ist ja nochmal mehr in den Fokus gerückt, vieler Ärzte und behandelnder Experten, einfach weil viele Menschen mit Ängsten konfrontiert sind, jetzt auch durch den Krieg in der Ukraine mit Russland, dass viele Menschen Angst haben, dass ein neuer Weltkrieg kommt und überhaupt die Zukunft ist so ungewiss und wer da nicht stabil ist, der kann schnell in solche Angst- und Panikattacken hineinrutschen und ich kann auch nur über diese Themen sprechen, weil ich psychisch sehr stabil bin und auch sehr reflektiert und wenn ich merke, ich komme an meine Grenzen, dann gönne ich mir auch eine Pause, also ich bin hier auch nicht Superwoman oder so, aber ich habe in meinem Leben schon sehr viel erlebt und reflektiert und mich sehr gut in verschiedensten Situationen kennengelernt, wo ich auch über mein Limit gegangen bin an dem, was mir psychisch und physisch möglich war und deswegen kann ich mich da mittlerweile sehr gut einschätzen, aber mir ist natürlich bewusst, dass die meisten Menschen das nicht können und dass sie auch nicht so die Methoden zur Verfügung haben, wie sie mit depressiven Verstimmungen umgehen können oder was sie tun sollen, wenn sie merken, sie kommen irgendwie an ihr Limit. Ja, weil die meisten Menschen schämen sich davor, mit einem Arzt zu sprechen oder sich Freunden anzuvertrauen und da bin ich unendlich dankbar für mein Umfeld, weil bei meinem Umfeld ist einfach so Mental Health einfach so das Standardthema irgendwie so, es ist eine Selbstverständlichkeit, dass man sich darüber austauscht, wie es einem wirklich im tiefsten Inneren geht. Dafür bin ich sehr dankbar, weil wenn ich mir manchmal andere Umfelder angucke oder andere Freundschaften von Leuten, wo ich mir so denke, hey, ihr seid beste Freunde und der einen geht es voll schlecht und du weißt es nicht, wie definiert ihr denn eure Freundschaft? So, das checke ich dann nicht. Ja, und da bin ich sehr dankbar, dass ich diese Menschen in meinem Leben habe, meine Familie, meine Freunde und wünsche das auch jedem anderen Menschen, weil soziale Kontakte einfach das Wichtigste sind. Ja, ohne Familie, ohne Freunde, wenn man einsam ist, dann, ja, macht das Leben nicht mal ein Viertel so viel Spaß und du bist auch verloren einfach ohne Kontakte. Du brauchst Menschen, die dich auffangen, wenn es dir mal schlecht geht, die dich unterstützen, die dich auch nicht verurteilen, wenn du mal nicht so Leistung bringst, die einfach sagen, ey, komm vorbei, ich koche dir was, alles cool und, ja, also in dem Sinne, achtsam bleiben, immer wieder reflektieren, wie geht es mir, was tue ich gerade, achte ich gut auf mich? Wie gesagt, Mental Health ist A und O. Und der letzte Punkt, Umgang mit Geld. Die meisten Menschen denken auch, also entweder kann man mit Geld umgehen oder halt nicht und das ist eben auch so ein Mindsetfehler. Jeder Mensch kann das lernen, mit Geld umzugehen. Du musst eben nur den Willen haben und auch Zeit natürlich dafür investieren und, ja, einfach auch eigene alte Glaubenssätze ablegen. Wenn du dich dafür interessierst, hör gerne mal in die Folge Deutsche Negativität von mir rein. Und, ja, ansonsten gibt es so unendlich viel YouTube-Content, so viele Bücher zum Thema Geld und Finanzen, kann ich dir nur ins Herz legen. bitte glaub niemals, dass Geld etwas ist, was dich nicht angeht. Ich sage immer, oder ich habe mal den Spruch gehört und seitdem verwende ich den auch immer, wenn Geld dein Problem ist, dann ist Geld nicht dein Problem. Und das musst du dir erstmal zweimal reinziehen. Also ich sage es nochmal, wenn Geld dein Problem ist, dann ist nicht Geld dein Problem. Ja, also es, dahinter steckt immer das Mindset. Hinter allen Problemen, die wir haben im Leben, ist immer das Mindset. Es ist nie Geld oder es ist nie Beziehung oder es ist nie Beruf. Es ist immer erstmal unser Mindset, weil wer sein Mindset ändert, der ändert letztlich auch sein Leben. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass du was für dich mitnehmen konntest, dass der Unterschied zwischen Growth und Fixed Mindset nochmal verdeutlicht wurde. Ich hatte den in einer Folge mal so kurz angesprochen, aber irgendwie hatte ich heute so diesen Vibe, dass ich nochmal intensiver darüber spreche. In diesem Sinne, pass auf dich auf, psychisch und physisch. Keep it in the Villa aus Nürnberg. Gott segne die Ukraine. Ciao.